Servus, Gerdi wieder da. Wir spielen jetzt wieder, oder was heißt wieder, wir spielen jetzt einen Jandere Simulator. Das ist ein ganz, ganz netter Simulator und da simulieren wir, was? Um Gottes Willen, habt ihr es gesehen? Okay, ich glaube, das ist doch kein ganz normaler Simulator. Ich habe gedacht, das ist ein normaler Simulator auf der asiatischen Schule, aber das war jetzt sehr verstörend. Was ist denn das jetzt gewesen? Sag einmal. Ja, ganz viele Herzen, das ist schön. What gender is your ideal lover? Ja, male natürlich, gell? Ihr wisst ja Bescheid. So. Ah, jetzt machen wir einen Jungen, machen wir da. Mein, kannst du nicht das da unten dazwischen wegmachen? Das weiß er, das wäre ja super, wenn man das wegmachen könnte. Aber, ja, die Asiaten haben ja sowieso alle einen kleinen, gell? Da muss man das ja gar nicht sehen. So, dann machen wir jetzt eine coole Frisur. Oder gibt es ja noch immer Frisuren, oder was? Wie man diese Asiaten mit dir immer für die Sonne so warnt sind. So, schauen wir mal. Ja, das ist schön. Das ist schön emohaft. Oder? Ja, das ist auch cool. So nach oben. Hm, aber gar nicht wusste, was man so einen Charakter machen können. Dann machen wir uns einen. Das ist ja immer so voll emo. Schaut sie mal. So, machen wir einen Haircolor. Machen wir was ganz Ausgefallenes, gell? Weil das Asiaten sind ja nicht alle deppert im Schädel. So, was machen wir denn noch für Augenfarbe? Machen wir eine rote Augenfarbe. So, Eyewear. Ah, Brille kann man auch noch machen. Meitere Tebrille kann man auch machen. Ja, schön. Machen wir aber keine. So, das passt schon so. Ah, ja, Schuhe. Ja, ich bin Schuhe. Aha, jetzt kommen Female Uniform. Aha, das ist ja sehr interessant. So, und ich würde sagen, Female Uniform, das mit dem Mantel, das sieht gut aus. Aber da kann man nicht so viel machen. Wartet mal, kann ich nicht wieder zurück? Egal, machen wir so. Ja, wunderbar. Schön. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, Freunde. Ich habe gedacht, oh, pst. Ja, warum denn? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, wenn ich um andere Menschen bin. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich bin normal, wenn ich um andere Menschen bin. Aber auf der Mitte, ich fühle mich nichts. Es ist nicht so schlecht, wie es sein kann. Ich weiß, dass ich bin broken, aber ich mich nicht interessiert. Das ist normal für mich. Aber ich habe nicht verändert, als ich ihn kennengelernt habe. Mein Senpai. Mein Senpai. Mein und Herzen, mein Meister. Mein Meister. Mein Meister. Ist das eine Liebesgeschichte? Ja. Ich mag eine Liebesgeschichte. Ich mag total gerne. Aber nur zwischen Mann und Mann. Aber okay. Ich bin addiktiv, wie er mich fühlt. Ich bin addiktiv, wie er mich fühlt. Ich bin nichts anderes. Er ist alles für mich. Und jetzt versucht jemand ihn von mir zu nehmen. Oh, jetzt wird es besser. Besser Musik. Was war das jetzt? Die Schlampe. Das geht ja gar nicht. Und Dieter wollte mir auch jemanden stehen vor kurzem. Ja. Das hört sich vielleicht psychisch ein bisschen komisch an, aber ich kann es verstehen. Okay. Oh. Wir wollen ihr wehtun? Ja, das ist schön. Oh. Ja, scheiße. Sie mag sie töten. Oh. Alles rot. Ja, scheiße. Jetzt kriege ich ein bisschen Schüttekack, gell? Ich lasse niemanden zwischen uns kommen. Ich lasse niemanden, was ich tun muss. Ich lasse niemanden, was ich tun muss. Ich lasse niemanden, was ich tun muss. Ich lasse niemanden, welches Blut ich spüren muss. Ich lasse niemanden, ihn von mir zu nehmen. Nichts anderes ist wichtig. Niemand anderes ist wichtig. Das ist ja von Metallica. Okay, also wir spielen eine verrückte Trusse, wie es aussieht. Ich bin ja auch so eine verrückte Trusse. Das passt, ist ja super, gell? Ah, er kann nicht mehr aussuchen. Aber die mag andere Simulator. Und ihr meint, das ist ein ganz schönes, liebes, nettes Spiel. Und was ist jetzt? Wir spielen am Sicher. Okay. Weiter. Kenn ich dich? Nein, ich kenn dich nicht. Natürlich. Aha. Mhm. Mhm. Oh. Intrigen. Osama. Osama. Osama ist auch da. Na, Osana. Entschuldigung. Najimi. Aha. Interessant. Aha. Da gibt's ein Mythos. Interessant. Sie planen, ihn am nächsten Freitag zu verweilen. Warum sagst du mir das? Ich wäre glücklich, wenn etwas Schmerzes zu Osana-chan passiert. Oh oh. Ich denke, du bist die richtige Person, die ihr was sie verdient. Wer bist du? Ich bin die Person, die sich in der Schule genannt hat. Info-chan. Aha. Ich habe gehört über dich. Du schmutzige Mädchen und schmutzige Mädchen für Mädchen. Niemand weiß deinen echten Namen. Aha. Die Räume sind wahr. Wenn du immer ein Favorit brauchst, texte mir eine Pantyshot und ich gebe dir was, was ich kann. Eine Pantyshot? Okay. Da kommt schon die Beweise, dass die Arten wieder ins Spiel, gell? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Opala. Entschuldigung. Ich habe euch gemacht. Das ist mir peinlich jetzt. Du bist wunderschön. Du bist wunderschön. Ja, tut mir leid. Du bist ein Stalker. Wenn du meine Hilfe möchtest, texte mir. Wenn du nicht weißt, ignoriere mich. Du hast eine Woche, bis dein liebster Senpai zu Osana-chan hängt. Ich hoffe, dass du sie zuhörst. Okay. Also, die Asiaten sind wohl ganz, ganz böse Menschen und dachte, sie sind immer voll lieb und nett. Ah, bis Freitag kommen. Die Deadline. Ja, mei. Interessant. Okay, nochmal zu Challenges. Was gibt's da? Mhm. Das Game ist, finde ich, jett. Das geht ja noch gar nicht. Okay. Cupid. Okay. Alles klar. Das geht noch gar nicht, wie es aussieht. Machen wir ein paar weiter. Man kann auch die Woche dann resetten. Nein. Da sind wir schon im Spiel. Ja, mei. Schaut das schön aus. Wunderbar. Das gefällt mir sehr gut. Oh, jetzt kann man Unterwäsche austauschen. Ja, bist du Deppert. Sag einmal. Was nehmen wir denn da? Hm. Das da mit dem Teddybären. Das ist nett. Das ist nett. Das nehmen wir. Wunderbar. Sieht man das dann auch im Spiel oder was? Ein Senpai-Schrein. Ja, bist du Deppert. Ein Schrein haben wir gemacht. Das ist ein Toothbrush. Die hat in der Zahnbürste geschaut. Man ist die Deppert immer gehabt. Und eine Bandage, die er weggeschmissen hat. Und einen Apfel, den er anbissen hat. Ich sage mal, wir spielen ja voll auf Verlückte. Bist du Deppert, sag einmal. Ich ist ja gar nicht mehr die ganze Sicht. Ah, da haben wir die Playstation 10. Wunderbar. Was haben wir denn da? Da haben wir noch ein Pinboard. Schön. Ein Korkboard. Ja, dann halt ein Korkboard. Ein Cockboard. Ich möchte auch ein Cockboard haben. Ein Justin kann man das. Ah, da können wir Bilder drauf machen. Wir haben noch keine im Moment. So. Ich will sagen, raus. Ah, da kann man jetzt in den Keller gehen. In die Schule. In die Stadt kann man gehen. Okay, was haben wir denn da im Keller? Im Keller haben wir nichts. Aber so wie es aussieht, haben wir da wahrscheinlich einen Platz gemacht. Und wir werden den zu foltern. Ja, das ist wunderbar. Aber ich gehe die Folter da sehr gerne Menschen. Was haben wir denn da? Pick up. Was ist das? Jetzt habe ich irgendwas aufgenommen. Aber ich habe keine Ahnung was. Ah, da kann man laufen. Da kann man auch was nehmen. Okay. Wo habe ich denn da? Da habe ich zwei Menü. Photo Galerie. Da kann man Favors. Pass Time. Studenten Info. Aha. Save Settings. Da kann man quitten. Photo Galerie kann man da auch machen. Super schön ist das. Raus und ab in die Schule. Ja. Jetzt geht es in die Schule. Gary geht in die Schule. Mal wieder nach langer Zeit. Reputation. Aha. Okay. Lassen wir mal kurz was schauen da. Ja, alles in Ordnung. Okay. Was macht man jetzt da in der Schule? Ja, hey. Schaut mal was da da liegt. Was? Was war das jetzt? Ah. Okay. Ich kenne mich da noch nicht aus. Was? Da liegen ja voll die Waffen rum. Nehmen wir jetzt mal Katana. Meist das schön. Visibly armed. Okay. Was mache ich jetzt? Dann kann man das droppen. Okay. Super. Dann kann man noch Scheren nehmen. Und Messer. Schön ist das. Was haben wir denn da? Dann kann man noch einen Screwdriver. Das nehmen wir jetzt mit. So. Okay. Und dann kann ich mir das einfach auswählen. Aha. Ja, was muss ich jetzt machen überhaupt? Und dann kann ich dann jemanden töten damit. Und? Das ist ja mal sehr schlimm das Spiel. Sag einmal. Okay. Ah. Warte mal. Da muss ich jetzt irgendwo hinlaufen. Schaut mal. Das zeigt mir jetzt irgendwo, dass ich da hinlaufen muss. Okay. Dann kennen wir nämlich überhaupt nicht aus gerade mit dem Spiel, gell? Mei. Ist das nett. Hallo. Ich rede das mal mit der. Hi. Was kann ich denn machen da? Kompliment. Ja. Du schaust super aus halt mit deiner Scheißfrise. Ja. Ist voll nett. Gell. Mei. Lieb. Ist das nicht? Ah, das ist er ja. Oh, wir trauen uns nicht. Das ist ja meine, meine, meine Liebe, gell? Das ist der. Habe ich mir ja gemacht. Kann ich jetzt ein Foto machen oder so? Warte mal. Mit dem kann man auch gar nicht reden. Zau dir doch mit ihm zu reden. Was machst du denn du für einen Scheiß? Ich weiß, ich bringe ihn jetzt einfach um. Kann ich das gar nicht. Warte mal. Warte mal, Freunde. Ich spiele mich mit dem Controller. Das geht nicht. Ich muss mit Maus und Tastatur spielen. Da geht das ein bisschen besser, gell? So. Da geht das viel besser. Ah. So macht man ein Foto. Schaut mal. Jetzt kann ich ein Foto machen von ihm. Hallo. Kannst du mal lachen? Ah, in der Nähe von ihm geht das gar nicht. Okay. So. Machen wir halt aus der Entfernung ein Foto. Ja. Speichern wir. So. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss in dem Spiel. Ich habe absolut keine Ahnung. So. Wo sind wir denn da? Da sind die Klassen. Aha. Interessant. Hallo. Warte mal. Was ist das eigentlich für ein Schlampe, was mir den wegnehmen will? Wo kommen wir denn ins Menü? Wartet mal kurz. Auf Escape ist es nicht. Nein. Ah. Man kann sie sogar bücken. Ja. Schön. Hoppala. Ihr schaut, was man da sehen kann. Super wärs das ja. Das ist der Wahnsinn. Geh? Man da alles machen kann. Wartet mal. Wo ist denn da das Menü jetzt? Auf F? Nein. R, E, T. Keine Ahnung. Aber wir laufen jetzt einfach da hin, wo man hinlaufen muss. Jetzt zeigt man nämlich da, wo ich hin muss. Das ist interessant. Okay. Das ist ja gerade sehr interessant. Da laufen wir einfach mal hin. So. Und jetzt? Aha. Jetzt vielleicht die Grafik nicht so hoch machen sollen. Ah, da müssen wir hinein. Okay. Okay. Und jetzt? Muss ich in die Schule oder was? Warte mal. Machen wir jetzt. So. Und. Ja. Und jetzt? Aha. Jetzt kann man da also... Okay. Interessant. Ja. Psychologie ist wichtig. So. Confirm. Ja. Ja. Ich weiß ja das nicht. Komm her mal. Ähm. So. Mach jetzt ein Kompliment. Ja. 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 Ich war das gar nicht. Ich war das doch gar nicht. Ich war das doch gar nicht. Ich habe nichts gemacht. Das ist einfach passiert. Das ist einfach so passiert. Ich habe nichts gemacht. Hört auf. Gerdi hat nichts gemacht. Gerdi war ganz brav. Gerdi hat überhaupt nichts gemacht. Nein. Hört auf zu schreien. Sag einmal. Nein. Nein. Die sind nicht tot. Die tun leise so. Nein. Die sind gar nicht tot. Hört auf jetzt. Hört auf jetzt. Was bist denn du für einer? Hallo. Kann ich mit dir was machen? Okay. Hört euch. Und in den Kopf, du Schwein. Jetzt hast du jetzt davon. Oh. Oh. Was ist jetzt los? Scheiße. Was hat denn jetzt gemacht? Besteubert? Ja mei. Und da ist gerade schon... Das ist ja schnell gegangen. Das ist echt schnell gegangen. Okay. Bewaffnen wieder. Jetzt weiß ich ungefähr wie das geht. Jetzt weiß ich wie man Menschen tötet. Das ist schön. Das ist super. Aber man kann da so viel machen. Aber ich muss herausfinden wie das alles geht. Das ist ja die Sache. Wenn ihr euch auch auskennt mit dem Spiel. Dann könnt ihr mir gerne helfen. Und in den Kommentaren schreiben was ich machen soll. So. Ist das nicht die Schlampe? Ich will den doch irgendwo... Warte mal. Jetzt mach ich dazu und bring die jetzt um. Ich glaub das ist sie nämlich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber... Mach zu die Tür. So. Dich wird jetzt auch keiner sehen. Du Sau. Keiner wird dich sehen. Und du wirst jetzt einfach sterben. Stop. Nein. Wo ist sie? Ich will doch kein Foto machen. Okay. Die kann man also nicht umbringen. Wie so sieht. Okay. Okay. Ja. Ich muss halt noch ein bisschen schauen. Wie man das Spiel spielt. Okay. So. Aufmachen. Was kann man denn da alles machen? Da kann man so viel machen und so viel anschauen. Ich kann mir gar nicht aus. Was ist das? Ansersheet. Okay. Ich würde doch gerne wissen. Wie das Menü ist. Hallo. Wo komme ich denn in mein Inventar hinein? Da muss ich halt doch da vom Controller aus. Okay. Da ist das da. Ich glaube das ist eigentlich ganz gut mit dem Controller. So. Aber Fotos machen habe ich nicht können. Aber da kann ich dann wenigstens ins Handy schauen. Warte mal. So. Info-Chan. Von der weiß man nicht so viel, gell? Ähm. Tasks. Hm. Man kann also da jetzt. Man hat da alles verschiedene Tasks, was man machen kann. Services. Provide Student Info. Ah. Man muss ja erst einmal Bilder machen. Warte mal. Das machen wir jetzt. Moment. So. Gut. Dann suchen wir uns jetzt einmal irgendeine asiatische Schülerschlampen. Und dann machen wir mal ein Foto von ihrem Höschen. Moment. So. Buck die mal. So. Und jetzt machen wir mal ein Foto von einem Höschen. So. Wie das geht. Wie das geht. Das geht gar nicht. Das geht ja gar nicht. Blödsinn. Das bringt sich nichts. Oder? Warte. Man kann das nicht schicken. Moment. Senden. Hübschen. Aha. Okay. Das funktioniert also nicht. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwo so eine Umkleidekabine oder so finden. Oder irgendwas zum Duschen oder so. Mal schauen wir mal, wo das ist. Da sind die ganzen Klassen. Da ist das Klo. Okay. Da kann man ja im Klo was fotografieren. Ralf? Nein. Hm. Werden wir schon finden, gell? Langsam. Warte mal, da kann man auch das Licht anmachen. Ah, ja, interessant. Was kann man damit machen? Kann man das aufheben? Nein. Aha, da. Aha, interessant, okay. Keine Ahnung, ob man hier schon was machen kann oder nicht. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie spinnt das gerade ein bisschen. Wo sind denn die Duschen? Hallo, Duschen. Ah, da sind die Männer Klos, wie so was sind. Okay. Ja, wir müssen halt ein bisschen zurechtfinden mit dem Spiel, gell? Da steht Before School. Ah, da seien es ja alle. Jetzt bin ich alle um, ist mir scheißegal. Und tot. Und tot. Und nochmal tot. Ja, mach jetzt. Herrschaft. Scheiße. Arschloch. Irgendwie geht das ja überhaupt nicht. Was schaust du so blöd? Die ganze Zeit, ha? Sag einmal. Ja gut, Alter, das war der erste Part von der andere Simulator. Da kannst du mir gerne sagen, wie das Spiel geht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss schauen, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Absolut nicht. Was kann man da machen? Was ja auch nicht. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.